Fallen wir gleich mal mit der Haus ins Tür. Hallo und herzlich willkommen in diesem... Ich muss was trinken. Ich muss mal schlucken. Also Alkohol. Nicht lang schnagge, Kopf in den Nagge. Hallo, jetzt komm. Irgendwann musst du mal so ein Fuck-Off-Video machen. Fuck, geh mal schön kacka. Das ist eigentlich ein Outtakes-Ordner. Und nur scheiße dran ist. Schön kacka. Das würde mich mal interessieren. So viele Outtakes habe ich. Das ist auch ein bisschen albern, weil hier ist ja keiner. Davor haben ganz, ganz viele Frauen eine ganz große Panik, dass der Partner, die Partnerin daneben steht und sieht, wie bei Geburt eben ein bisschen Stuhlgang mit auf die Welt kommt. Ich habe bei dem anderen Video den anderen Stuhl, ne? Es ist also wirklich nur eine kleine Code-Sequenz. Ist das wieder nicht? Wie soll ich das beschreiben? Stuhl, ne? Eine... Fuck, ist egal. Das Kacken ist voll okay. So, Terapeutych. Alle haben es... Kommen wir mal... Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich habe noch Zeit. 17 Minuten. Katz, 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 Katz. Und auch im Amu. Terapeutych. Terapeutych. Ja. Was habe ich eigentlich mit Japanisch? Gestern Sushi gegessen. Das wird sein. Ein Prasadoto. Jetzt bin ich hier teile englisch. Scheiße, Mann. Kreisefführungen. So, meine Damen und Herren. Schon Schweißflecken am Start? Ja, ganz klein. Hier. Ist das wieder nicht? Nein, da. Spielverkehrt. So, lass doch mal überlegen. Wenn die Leute wüssten, dass ich eine... Naja, ich sage nicht, was ich untenrum anabre. Terapeutych. Terapeutych. Einführen von Gegenständen und oder Penis. Klar, wir gehen das nicht aus Plastik. Gibt es nämlich diverse TikToks, die sie sagen. Also, Augen auf beim Brustwarzenkauf. Jetzt müssen wir mal googlen. Tyro. Fuck. Hypox ist das, das scheint weniger häufig. Ohne Unterschied, ohne Unterschied. Die blieb bescheuert. TBG. Gibt es ja auch. Schein seltener, 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 seltener. Äh, 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 seltener. Tyroxin-Bindner-Klummel. Seltener, seltener, toll. So, das haben wir erklärt. T-t-t-t, Puff, Peng, Puff, Knall. Klär ich gleich auch noch. Klär ich gleich auch noch. Kein Problem. Machen wir alles. Seltener. Hm? Hm? Warte. Äh, äh. Äh, äh. 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 Ach guck mal, hey, richtig gut, dass ich eine zweite Spur aufgenommen habe. Es tut mir leid, ich habe 16 Kaffee getrunken, da muss ich jetzt klarkommen. Den Rutschstich kannst du jetzt bitte rausnehmen, ich schwitze. Ich habe den schnellsten Augen zu verkürzen, David. Oh ja, der ist gut. Kaufen wir jetzt. Er schaffelt bei 7 Sekunden richtig gut. Fuck. Was war denn hier? Okay, das läuft noch. Aber nicht mehr lange. Okay. Es bedeutet Wechsel Jahre. Haare. 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 Nochmal. Haare. Haare. Habe ich so einen richtigen Riecher gehabt? Hätte ich jetzt alles nochmal neu machen können. So, jetzt zum Punkt. Und nochmal das Lieben mit, genau. Das besprechen wir jetzt in dieser Folge. Warum habe ich die weggeschmissen? Ich fange nochmal ganz neu an, ne? Damit du weißt Bescheid, ne? Gut, dass du das jetzt schon alles geschnitten hast. Wenn man schon aufnimmt und dann beginnt hier noch das Setting mitzubauen, ne? Das muss jetzt irgendwie aneinander klatschen. Fuck. Ich kenn das noch. Muss jetzt mal kurz gucken, ob das Videoaufnahme überhaupt noch läuft, Alter. Das ist eine freundlich große Bediebtheit. Bei den Leuten, die das schneiden müssen. Ka-ta-cha. Es kommt eh ein Auto. Ich hab das gehört. Nee, es ist ein Helikopter. Komm, wir fliegen übers Neubaugebiet. So ungefähr drei Meter über die Dächer. Ah, ein Hubschraub. Soll ich die ganze Zeit die Vulva-Dinger mal halten? Wer wollte noch mal nach Fritzla ziehen? Ich weiß es nicht. Auch Junge. Auch Junge. Auch Jungefrau. Nennen. Ich darf nicht mehr gendern, weil das wird guter gehatet. Ach, jetzt ruft mich schon wieder jener an. Hey, die lassen einmal klingeln? Was ist denn das? So direkt meine Vulva-Four-Girls. Dann sagen sie, ja, ich hab sie fünfmal angerufen. Irgendwie ist hier keiner angehören. Sie reden mit einem Loch. Da zeig ich, wie man das schön wischt. Okay. Wie oft kann man anrufen? Da wirst du spitz wie Lombi. Also ich guck jetzt immer mal wieder hier hin. Du schneidest das dann so zusammen, dass man nicht das hier sieht, ne? Alles klar. Ah ja. Ist egal. Das war der Abschiedsgruß. Tschüssikowski. Undigmatiker Ruhs. Tausiko Mitarbeiter-Pf whether or not. Von der SäuzeАnsenten, die gar nicht in mans auch. pos pressedertig.